Hallo, lieber Skorpion. Mal schauen, was die fünfte Februarwoche dir bringt. Also sind ja auch nur zwei Tage. Also, falls du in einer Partnerschaft bist, lieber Skorpion, bringt dir dein Partner eine Überraschung in Liebesdingen. Singles erwarten und vorhergesehenes Date. Lass dich ruhig ohne Vorurteile darauf ein. Beruflich klingt dir so einiges an Projekten. Allerdings, ja, du wirst auch sehr viele Widerworte auch hören. Aber lass dich von deinem Team nicht abbringen. Du verdienst den Erfolg. Also, du hast Kraft wirklich für zwei. Die Fragen löst du souverän. Das ist eine gute Woche, um auch einen neuen Look zuzulegen, lieber Skorpion. Das war's dann auch, lieber Skorpion. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.